Oh, deswegen sind keine. Wir brauchen Hilfe. Wir werden von zwei Luftabwehrgeschützen geschossen. Kümmern Sie sich darum, verstanden? Ist hier oben noch jemand? Nein, hier oben ist keiner. Leute, geht weg da. Leute, geht weg da. Kommt hierher. Was? Hallo? Was geht, Bruder? Hä? 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 Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich bin durch den Boden geglitscht und jetzt bin ich hier drüben. Hä? Ja, Lufth, das ist möglich. Das ist mir jetzt ganz recht. Scheiße, ich komme sowieso nicht weiter. Oh Mann, ich müsste wenigstens einen lautlos erledigen. Komm mal, komm zu. Okay, okay. Zerstört der Flachs, ja da drüben. Ich weiß nicht, wieso es mich jetzt hier hin zurückgesetzt hat. Au! Ficktes Schwein. Ach ja. Schon, also, ja. Please, fix. Ich habe keine Ahnung, was das gelegen hat. Ich habe gezündert. Nein, ich habe es selber gesehen. Auf einmal war ich wieder wo? Am Bauernhof. Einmal war ich wieder am Bauernhof. Na ja. Jetzt muss ich wieder zwei Kilometer rennen, ey. Wollen wir hier schon? Okay. Fernsehende, Mine? Nichts. Alles klar. Oh. Was höre ich denn da? Wo ist das? Ja, drüben. Krokotilzittel. Ach, krass. Ja, das tut was dagegen. Okay, weiter geht's. Haben wir das doch noch gefunden. Ja, scheiße, wie kommt jetzt über den Krokodil verseuchten Fluss? Stimmung ist auch echt krass. Ja. Ja, überall oben welche. Versuch. Ich kann doch mal schwimmen ganz schnell. Let's go, boys. Aber muss ich auch noch einen? Nicht zum Stürzen, ich meine. Ich glaube, ich glaube, es war so ein, nee, also, es war kein Back, das war ein gewollter Fehler vom Spiel, damit sie sagen können, ich habe auch schon so viel gespielt, das war, das war gut sein für heute, dann nehme ich noch fast vier Stunden, drei Stunden 57, bin jetzt schon dabei. Okay, weiter geht's. So unnötig einfach, das ärgert mich jetzt schon extrem eigentlich. Was, was ist da drüben? Scheiße. Komm, wir gehen über den Hügel hier. Einfach rennen, 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 rennen. Man merkt schon, es wird hier sogar langsam ein bisschen herlang. War das vielleicht, weil ich den Mörser benutzt habe? Okay, ich merke hier keine mehr, keine Mörser benutzen. Okay, das war das. Knapp einen Kilometer noch, haben wir zu laufen. Wir haben es gleich geschafft. Haben es gleich geschafft. Oh nein. Jungs, das machen wir anders. Komm, steigt ein. Okay, führt hier hin zum Dorf. Hier über die Brücke. Alle drin. Ist jetzt egal. Ist jetzt egal. So, damit wir hier drin auch mal gefahren sind. Vollständigkeitshalber. Hey, wir gehören zu euch. Alles easy, yo. Okay, ich dachte schon, es hat einen von uns erwischt. Fuck. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Okay, ich muss hier durch. Oh, alles so neblig. Ich sehe einen Scheiß hier drin. Okay, wir sind weit genug gekommen. Okay. Okay. Ich dachte schon, es ist der andere. Moses, komm jetzt. Oder will Moses uns den Brickhals sichern. Soll jetzt hier verdammt nochmal nicht den Helden spielen, Mann. Und ich bin nicht dran. Wir brauchen Hilfe. Wir werden von zwei Luftabwehrgeschützten geschossen. Hören Sie sich darauf, verstanden? Schon dabei. Machen wir es lieber so. Geht nicht kaputt. Gut. Das ist so rot, aber ich kann das nicht zerstören. Erstmal Eifer des Gefechts. Kein Problem, wir lesen erstmal. Feuerbase Echo, Kurierumschlag. Durchsichtige Dokumentartasche mit einer topografischen Karte und Papieren. Versiegelt und mit einem Gummiband verschlossen. Eine handschriftliche Notiz ist angeheftet. Muss mit dem nächsten Helikopter abgeholt werden. Colonel Hack Bryson. Feuerbase Echo. Warte mal. Das mach ich anders. Oi. Dynamit braucht keine Sau. Oh. Weg da. Ich habe alles Ihre Geschütze ausgeschaltet. Die anderen habe ich leider nicht im Sichtfeld. Verdammt nochmal. All in. All in. So, ich muss hier rüber irgendwie. Eine Flak ist noch übrig. Oh Gott. Oh, jetzt noch den Berg hier hoch. So wie ihr schon am Ende sind, unsere Kräfte, sind meine Jungs noch hinter mir, sind sie. Sehr schön. Entdeckung, Jungs. Entdeckung, Jungs. Okay. Das zweite Geschütze ist ausgeschaltet. Danke, Mann. Jetzt müssen wir die LZ für den Abflugvogel säubern. 525, wir halten mehrere Jägerstaffeln bereit. Was Sie auch brauchen, Sie bekommen ist. Sie gehören... Die LZ ist grün. Alles sauber. Wir haben noch was für Sie, Python-to-Five. Wir glauben, dass da oben in der Basis einige Dokumente mit nützlichen Informationen sind. Können Sie die einstecken? Ich gebe mein Bestes. Hier zum Beispiel. Dokumente nehmen, sobald du die... Okay, ich guck... Ich möchte mich nochmal ganz kurz umgucken. Aber wir haben eigentlich alles gemacht. Nochmal kurz hier... Ups. Mal kurz hier rauszoomen. Herausforderung. Rette Joker, rette Moses, rette Jockel. Gerettete südvietnamesische Kriegsgefangene. Haben wir alles gemacht. Wir sind durch. Wir sind durch. Akzeptieren. Ich habe so viel mitgenommen, wie ich konnte. Aber es sieht aus, als kriegen wir Gesellschaft. Oh nein. Ich gehe auf den Turm hoch. Achtung, Python-to-Five. Da kommt ein großes Feuerwerk auf dich zu. Geil. Noch mehr davon. Oh. Wir werden... Jetzt werden wir beschossen. Von den Mörsern da drüben. Sehr geil. Oh nein. Helikopter. Wo sind die anderen? Ziele in Sicht. Ich bin im Anflug. Vulcan Zero Three. Ich bin auf dem Weg. Einer ist noch übrig. Hat schon mal... Teilweise geklappt. Fallt welche Helikopter im Anflug? Der brennt. Fallt... Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, Mann. Jungs. Ich bin gleich bei euch. Ich bin gleich bei euch. Haltet durch. Jungs. Fynn bei dir. Kannst du dir einen anderen holen. Alter, schaut euch meine Leben an. Na schön, hier ist alles klar. Elshed ist grün. Allein der Zone ist grün. Ich steige in den Helikopter abgeschlossen. Und zurück, Paisen to Five. Oh. Bist du zu tauschen? Ja gehört, du bist du, Gunner. Zeig doch mal, was du drauf hast. Ja, gerne. Dann zeig mir, wo die Gegner sind. Okay. Das da hinten kann sie alles bei mir aushaben. Na komm. Wir haben hier ja das kleinste, was noch steht in die Luft. Seht ihr das? Ich will ja nichts sagen, aber... Please fix, guys. Haben wir jetzt alles? Ähm. Äh. Jungs. 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 Jungs? Hallo? Da hinten sind wir noch voll in der Action, was machen wir? Ich kann jetzt auch nicht... Vom letzten Speicherort kann ich auch nichts machen, hä? Hä? Panzerbrechende Munition. Oh, schön und gut. Ja, äh... Cool, und jetzt? Okay, ich mach jetzt hier einfach mal... Ich mach einfach mal auf beenden. Weil... So... Äh... Hä? Fortsetzen, bitte. Irgendwo hat's doch automatisch gespeichert, mit Sicherheit. Die LZ ist grün. Alles... Wir haben noch was für Sie, Python to Five. Wir glauben, dass da oben in der Basis einige Dokumente mit kasslichen Informationen sind. Können Sie die einstecken? Okay, jetzt muss ich das hier nochmal machen. Scheiße. Aber na gut. Ich hab so viel mitgenommen, wie ich konnte. Aber es sieht aus, als kriegen wir Gesellschaft. Shit! Aufpassen, komm. Krieg wir los. Ich roll jetzt an. Zieh den Kopf ein, Kumpel. Ich roll jetzt an. Zieh den Kopf ein, Kumpel. Ah! Ich roll jetzt an. Zieh den Kopf ein, Kumpel. Uff! Oh, doch. Cool. Oh. Sehr, sehr schön. Komm nur her. Ich brauche Position. Nein! Drüben einer. Einer hier noch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Krallen ausgefahren. Sehr schön. Gefällt mir doch. Boah. Oh, scheiße. Den Mörser da hinten haben wir, oder? Haben wir nicht? Haben wir. Okay. Weg, 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 weg. Boah. Feindliche Helikopter im Anflug. Oh, nein. Gar nicht gut. Gut. Das war der eine. Das war der zweite. No. Keine Munition mehr. Ja. Mann, ich brauche irgendein, irgendwas für einen Nahkampf. Gib mir doch deine Waffe. Na schön, hier ist alles klar. Elfett ist grün. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Bitte, 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 bitte. Ich spunk die Basis an und lasst sie wissen, dass wir haben. Ich spunk noch mehr. Hab gehört, du bist so, Gunner. Zeig doch mal, was du drauf hast. Immer wieder gerne. Unter uns. Kommt er gerade nicht ran. Zum Glück haben wir hier, äh, unendlich, was weiß ich. Sehr, sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Und das waren wahrscheinlich die, die, die wir vorhin gesehen haben, die nicht gestartet sind, die so in der Luft hingen. Das waren wahrscheinlich die, die wir jetzt gerade hier vorbei haben fliegen sehen. Warte, ist nicht kaputt? Bitte schön. Hier hast du noch Nachschub. So, ich geh mal auf die andere Seite. Haben wir da noch... Jawohl. Komm. Zwei da hinten haben wir noch. Ne, äh, drei spielen noch. Aber egal. Rettet Joker, Rettet Moses, Rettet Jocker. Jockerl. Gerettete südvietnamesische Gefangene. Fünf Stück. Zerstörte Flax, neun. Getötete nordvietnamesische Kommandeure. Vier. Gesicherte NBA Camps, fünf von fünf. Gesammelte Feuerzeuge, acht von acht. Zerstörte Propaganda-Lautsprecher, acht von acht. Ah, wir haben einfach alles gemacht. Hundertprozentig. Was? Sechs Stunden? Hä? Benötigte Zeit? Sechs Stunden? Stimmt nicht. Ich hab seit Anfang an aufgenommen. Es sind vier Stunden 25. Standardmodus, hundertprozentig. Und hier nochmal. Hier hat man nochmal das Lied Psychotic Reaction von Count Five. Ein richtig geiles Lied, wie ich finde, was mich immer wieder an einen Zug erinnert. Wegen diesem... Und da sieht man hier die amerikanische Flagge mit der südvietnamesischen Flagge, die im Vietnamkrieg zusammengekämpft haben. War mal wieder ein Vietnamkriegsspiel, das mir gefallen hat. Und da haben wir unser Bild. Oh fucking yeah. Die Überlebens- und Actionfilm-Modi wurden freigeschaltet. Okay. Einheiten verdienen. DLC Vietnam, Wendels, irgendwas. Das Lied finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das lasse ich, dieses Video, dieses Video lasse ich, ähm, lasse ich, ähm, mit Absicht, äh, Copyright striken, damit ich weiß, welches Lied das ist. Wird ja sowieso nichts passieren. Ich kann auch gleich mal hier, ähm, ach ne, scheiße, ich, scheiße, ich wollte gerade hier vielleicht mit Spotify gucken. Aber es ist ja auf meinen Kopfhörern. Naja gut. Aber dürfte eigentlich trotzdem gehen, wenn ich das jetzt hier an meine Kopfhörer dran halte. Warte mal. Moment. Okay, es hat was, es hat was gefunden. Cambodgian Space Project. When you are, when are you free? Falls ihr euch das Lied anhören wollt. Cambodgian Space Project. Also, kambodschanisches Raumfahrprogramm. Äh, when are you free? Finde ich gut, das Lied. Merke ich mir. Vielleicht mal bei YouTube anhören. Okay. Ah, Escape, wir überspringen das Ganze mal, oder? Oder wir scrollen einfach mal ein bisschen weiter nach unten. Yeah, 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 wir hauen hier einfach alles durch. So, ich werde jetzt mir dann gleich mal was zu essen machen. Ich habe Hunger wie Sau. Ähm, ja. Also, wenn die Developer, wenn ihr hier drinnen eure Namen seht, ne? Shoutout an euch, gute, gut gemacht. GG, gutes Spiel. Ah, und da sind wir wieder, ja, mit dem Hintergrund, den ich ja in Far Cry verkackt habe. Wir hätten ihn einfach seine Ruhe lassen sollen. Naja. Ja, ja, geiles Spiel, Far Cry 5, geiles Spiel, DLC, Hours of Darkness, auch richtig gut, wie ich finde. Mal wieder ein Setting in Vietnam, hat man schon lange nicht mehr gehabt. Rising Storm 2 wäre so ein ultra realistisches Multiplayer-Spiel. Lost on Mars, gibt's vielleicht noch, äh, Dead Living Zombies. Muss wirklich alles einen Zombie-Mode haben? Ich bin mir nicht sicher. Hauptsache, es hat keinen Battle Royale-Modus. Na gut. Bevor ich wieder lange rumquatsche. Ja, was ist das da unten? Sieht ihr interaktive Far Cry 5-Karte an und Decke aus dem Post-Furtstück? Achso, okay, Far Cry World Map. Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sovac. Und tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abonnement. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt oder im Livestream. Sonntag, 19 bis 23 Uhr. Euer Sovac. Ciao.